Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aktienfieber. Heute dreht sich ja alles um Nvidia vs. AMD. Wir schauen uns heute nur das Firmenprofil an. Wir haben uns ja schon mal in einem anderen Battle Royale die Finanzkennzahlen angeschaut. Das könnt ihr euch auch gerne angucken, dieses Video. Aber heute geht es wirklich nur um das Firmenprofil und was die zwei Firmen wirklich machen. Unsere Gliederung natürlich zuerst das Firmenprofil von Nvidia, dann von AMD und zum Schluss die Auswertung bzw. mein kurzes Fazit. Denkt aber bitte dran, dieses Video hier stellt keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung dar und vor allem geben wir hier keine Garantie auf die Vollständigkeit oder Korrektheit der vorgestellten Daten. Dann kommen wir hier mal zu Nvidia und zwar zu ihrem CEO und zwar Jensen Huang. Den könnt ihr hier rechts mal sehen und zwar hat der eben 1992 seinen Master in Elektrotechnik gemacht, was ja auch ganz hilfreich ist, wenn man so mit Elektronik und Halbleitertechnik zu tun hat und hat dann 1993, also ein Jahr nach seinem Master, Nvidia mitgegründet. Also er war eben Co-Founder und 1993 auch wurde er dann direkt zum CEO von Nvidia und die Geschichte seither kennen die meisten. Einfach eine Erfolgsgeschichte. Der Aktienkurs ist explodiert. Also wirklich ein extrem, extrem guter und visionärer CEO. Dann starten wir doch direkt mal mit den Geschäftsbereichen hier von Nvidia. Und zwar haben sie zweimal das aufgegliedert. Also einmal hier in GPU und Tegra-Prozessoren. Also GPU sind eben Grafikkarten. Bei Nvidia eben dezidierte Grafikkarten, also eben außerhalb vom Prozessor oder auch extra stehende einfach. Das hat eben den Vorteil, es ist Leistungsstärke, also für Gaming zum Beispiel gebraucht. Wenn die in den Prozessor eingebaut sind, dann ist es einfach eben eher in einem Laptop zum Beispiel zu finden, weil es platzsparend und kostensparend ist. Sie sind hier Marktführer bei dezidierten Grafikkarten mit 68% Marktanteil, also wirklich der größte Platzhörsch da in dem Markt. Und sie bieten an zum Beispiel die GeForce-Reihe für Gaming, die Quadro-Reihe für Design, Tesla und die GX-Reihe für Künstliche Intelligenz und Big Data und eben Grid für Cloud Computing. Und bei den Tegra-Prozessoren, das ist so, das ist eben ein System on a Chip, also das kann man quasi in andere Geräte einbauen. Und das zum Beispiel dann für Shield-Geräte oder aber auch für die AGX-Prozessoren. Also die sind eben dann für autonomes Fahren, Medizin, Roboter oder zum Beispiel auch Drohnen, da werden die eben verbaut. Dann teilt Nvidia ihren Umsatz mal noch in diese Segmente hier auf, und zwar einmal in Gaming, Professional Visualization, Data Center, Automotive und OEM, also Original Equipment Manufacturer and Other. Da kommen wir jetzt aber mal noch näher drauf zu sprechen, was das eigentlich ist. Also wir haben hier erstmal Gaming, und zwar bieten sie natürlich Grafikkarten an, da sind sie ja wie gesagt auch Marktführer, das ist eben das Hauptgeschäft aktuell von Nvidia, wie wir gesehen haben, da haben sie über 5 Milliarden Umsatz im Jahr. Und zwar haben wir hier einmal die GeForce RTX und die GeForce GTX. RTX steht hierbei für Raytracing, also diese Grafikkarten sind Raytracing fähig. Raytracing ist quasi eine Echtzeitsimulation von Licht und Schatten in Spielen, und es sorgt natürlich für eine extreme, ja, das sieht einfach extrem realistisch dann aus, für einen extremen Realismus sorgt das einfach in dem Spiel. Es ist natürlich aber auch sehr, sehr rechenaufwendig, und deshalb braucht man da eben auch eine sehr starke Grafikkarte, um sowas überhaupt möglich zu machen. Die GTX kann das noch nicht so wirklich, also die RTX ist auf jeden Fall die, die dafür geeignet ist. Ist natürlich auch teurer im Endeffekt. Dann haben sie noch die VRWorks Plattform, und zwar ist das eine VR-Plattform für Gaming von Nvidia, also da kann man dann, ja, VR-Spiele eben drauf spielen. Und auf der rechten Seite sieht man dann noch die Shield-Produkte, und zwar ist das quasi ein Multimedia-Streaming-Gerät und eine Konsole in einem. Also quasi so ein bisschen vergleichbar mit dem, ja, Fire-TV-Stick von Amazon, aber halt trotzdem noch mit einer Konsole innen drin. Und da gibt es dann zum Beispiel auch das GeForce Now-Programm da drauf, und zwar ist das ein Cloud-Gaming-Anbieter, der auf den Shield-Geräten läuft. Also man kann quasi über die Shield-Geräte dann über die Cloud Spiele spielen quasi. Was ungewöhnlich ist, das letzte Jahr quasi haben einige Publisher ihre Spiele zurückgezogen aus diesem GeForce Now-Angebot, und zwar zum Beispiel Activision, oder auch 2K, also dieses Basketball-Spiel, oder auch die Macher von Wolfenstein haben ihr Spiel da rausgezogen, oder einige Spiele von ihnen da rausgenommen. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber auf jeden Fall sind da einige hochrangige Mitglieder in letzter Zeit ausgestiegen, was natürlich nicht ganz so gut ist und nicht unbedingt für die Qualität spricht von dieser Cloud-Plattform. Dann sind sie natürlich auch in Datenzentren unterwegs, und zwar haben sie hier eben Grafikkarten, wie man auf der linken Seite sehen kann, für eben Hochleistungsrechenzentren, und rechts die DGX-Systems, oder DGX-Systeme, und zwar ist es ein Supercomputer-Portfolio, was sie da bereitstellen, um eben seine Datenzentren damit zu füllen. Dann haben sie die HGX- und EGX-Hard- und Software, also das ist eine Plattform und aber auch die dazu benötigte Hardware, für eben KI-basierte Anwendungen, also Deep- und Machine Learning zum Beispiel. Dann sind sie natürlich auch ganz stark im Cloud-Computing unterwegs, also im GPU-Accelerated Cloud Computing, so nennt man das auf Englisch, also einfach im Endeffekt durch Grafikkarten beschleunigtes Cloud-Computing. Da haben sie sehr, sehr namhafte Partner, hier zum Beispiel Alibaba, AWS, Google, IBM, Microsoft und Oracle. Das ist natürlich wirklich die Creme de la Creme eigentlich des Cloud-Computings, und alle benutzen wirklich hier die Grafikkarten von NVIDIA, wie NVIDIA selber in ihrem Geschäftsbericht eben sagt. Und natürlich ist das sehr, sehr wichtig im Cloud-Computing, weil man es eben einsetzen kann, zum Beispiel im Cloud-Gaming, aber auch für medizinische Anwendungen, also in der Krebserkennung zum Beispiel, hat NVIDIA selber im Geschäftsbericht gesagt, dass ihre Produkte da in der Krebserkennung oder in der Krebsforschung eingesetzt werden. Aber natürlich auch für einen schnellen Kundenservice ist es sehr wichtig, wenn der über eine Cloud läuft. Und natürlich gibt es auch noch viele weitere Anwendungsbereiche, also die Biologie zum Beispiel in Zukunft, Raumfahrt, Wettersimulation, natürlich die Medizin im Allgemeinen und auch die Wissenschaft. Also sie haben wirklich in ihrem Geschäftsbericht gesagt, dass man quasi mit ihren GPUs quasi eine Supernova berechnen könnte. Ich weiß nicht, was genau die damit bezwecken wollen, aber auf jeden Fall ist es anscheinend was, was die Menschheit interessiert in Zukunft. Und natürlich, die Rechenleistung braucht man für sowas und NVIDIA kann sie da mit ihren Datenzentrum-Produkten auf jeden Fall bereitstellen. Dann die Professional Visualization, also das ist eben für Designer quasi, also da gibt es auch die DesignWorks-Plattform heißt die, das ist eben eine Design-Software im Endeffekt und die rendert eben Licht- und Materialeinschaften direkt richtig, also quasi wieder zu vergleichen mit diesem Raytracing, nur eben jetzt für Design, also für Bilder und Videos quasi. Und ja, das Raytracing unterstützt eben die Designer quasi dadurch, dass sie eben in Time oder ja Real Time eben Schatten und Licht simulieren können und direkt sehen, wie es quasi am Ende aussieht und es nicht erstmal noch irgendwie aufwendig da simulieren müssten davor. Und dann gibt es eben noch die Quattro, die seht ihr auf der rechten Seite und das ist quasi einfach eine Grafikkarte, um eben genau solche professionellen Designs quasi anzufertigen. Dann einmal die Automotive-Sparte und zwar bieten sie natürlich einmal Recheneinheiten für Infotainment-Systeme an, also hier zum Beispiel Hyundai ab 2022 wird das verwenden oder aber auch Mercedes-Benz verwendet es aktuell schon. Und unter der Marke Drive bieten sie dann eben auch quasi ein Komplettpaket für autonomes Fahren an. Aktuell gibt es zwei AGX-Computer oder ja quasi Super-Onboard-Computer sind es und einmal den Xavier gibt es da und einmal den Pegasus. Der Xavier ist quasi für Stufe 2 oder Stufe 2 Plus, also intelligente Assistenzsysteme und das wäre dann zum Beispiel der Spurhalterassistent oder die adaptive Geschwindigkeitsregelung. Und der hat aktuell bis zu 30 Tops, also Trillion Operations Per Second, das ist eben eine Einheit, wie schnell quasi ein Chip ist. Dann gibt es den Pegasus, der ist Stufe 4 beziehungsweise Stufe 5, also quasi Hoch- oder Vollautomatisierung. Und der hat eben bis zu 320 Tops, also eine FV-Elffachung quasi von diesem Xavier. Das Problem dabei liegt jetzt, dass der NVIDIA Pegasus quasi im Vergleich zu seinem Tesla-Konkurrenten, nämlich dem Tesla Full Self-Driving-Chip, der hat 144 Tops, der Pegasus verbraucht aber dreimal mehr Energie, also er hat die doppelte Leistung, verbraucht aber dreimal mehr Energie, heißt er ist nicht so energieeffizient wie der Tesla-Chip. Dafür hatten wir ja eine Lösung und zwar der Chip, den ihr da jetzt schon seht quasi im Bild, das ist der Orin. Und der Orin soll 2022 kommen, hat 200 Tops und ist quasi ein System-on-a-Chip, so nennt man das. Und der Pegasus aktuell besteht noch aus zwei Xavier-Chips und aus zwei NVIDIA-Touring-Mikroprozessoren. Der Orin ist aber quasi nur einer, also der Pegasus besteht aus vier verschiedenen Einheiten, die alle koordiniert werden müssen, das ist sehr, sehr, ja, energieaufwendig. Und der Orin ist quasi ein einzelner Chip mit schon 200 Tops, heißt den kann man doppeln oder verdreifachen, da hat man die doppelte oder dreifache Leistung. Und immer noch weniger Systeme, also der wird deutlich energieeffizienter werden als der Pegasus. Damit kann man dann Tesla auch in Energieeffizienzrichtung Konkurrenz machen. Dann gibt es noch die Hyperion-Software und zwar ist das eben eine Software zur Auswertung aller möglichen Radar-, Kamera- oder Sensoreninformationen, um eben dann wirklich sein Auto auch autonom steuern zu können. Partner aktuell von NVIDIA sind eben Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, die Volvo Group, ZF, dann der Volvo, der Autohersteller oder auch Hyundai natürlich. Andere wären dann zum Beispiel noch DHL oder so, aber ich konnte jetzt nicht alle hier auflisten. Also die alle kaufen irgendwas von NVIDIA oder partnern eben mit NVIDIA zusammen. Dann gibt es hier noch OEM & Other. Und ja, ihr seht richtig Bitcoin. Und zwar ist das zum Beispiel, unter Other fällt zum Beispiel Produkte für das Kryptomining. Und unter OEM, also Original Equipment Manufacturer, fallen zum Beispiel die NVIDIA Tegra-Prozessoren, die eben als Embedded System ausgeliefert werden, also in andere Produkte mit eingehen. Dann kommen wir mal hier noch zu ARM. Und zwar will NVIDIA ARM übernehmen. Das ist eine britische Firma und die lizenzieren die ARM-Struktur. Das ist quasi eine Struktur, wie man seinen Prozessor aufbaut, seinen Mikroprozessor aufbaut. Und Kunden wären zum Beispiel Apple, Microsoft, Qualcomm, AMD, Huawei, Nvidia selber, Samsung, also alle großen Namen quasi, die irgendwelche Smartphones oder sowas herstellen oder irgendwelche Chips im Endeffekt brauchen, brauchen ARM. ARM ist quasi die zweite Technologie neben x86 für Mikroprozessoren. ARM ist im Moment eigentlich noch langsamer als x86, aber deutlich energieeffizienter. Der Durchbruch für ARM war im Endeffekt jetzt der Apple M1-Chip. Und zwar ist der eben auf einer ARM-Technologie aufgebaut und in dieser Benchmark zum Beispiel schlägt er vergleichbare Intel-Prozessoren, teilweise auch AMD-Prozessoren. Man sieht aber natürlich, zur Spitze ist es noch ein langer Weg, aber er ist halt deutlich, deutlich energieeffizienter. Und somit könnte man quasi einfach zwei Chips davon nehmen und hätte dann im Endeffekt fast eine größere Recheneinheit als ein x86-Prozessor. Nvidia hätte mit ARM dann eben eine mega Lizensierungsmacht über alle anderen Wettbewerber und sitzt quasi wirklich an der Quelle von dieser Lizensierung. Könnte damit natürlich seine eigenen Produkte noch viel besser auf die ARM-Technologie abstimmen und noch viel, viel besser machen. Der Marktanteil von ARM ist schon enorm, also 90% bei den Smartphone-Prozessoren haben sie da. Bei Autoassistenzsystemen zum Beispiel haben sie 75% und bei Embedded, also zum Beispiel in Controller und IoT-Geräten, haben sie auch 90% ja hier an Marktanteil. Also schon enorm, enorm, was sie da für eine Macht eigentlich haben. 40 Milliarden Dollar wäre dann der Kaufpreis und ja aktuell muss halt noch die Aufsichtsbehörde zustimmen, weil es gibt eben Bedenken wegen einer Monopolstellung. Ist ja auch klar, ARM hat an sich schon fast eine Monopolstellung und wenn dann noch ein großer Halbleiterhersteller wie Nvidia die übernimmt, hat ja Nvidia das komplette Monopol eigentlich über die komplette Chip-Reihe da vor allem in den Smartphone-Geräten. Und Mitte 2022 soll dann eben der Deal abgeschlossen werden, wenn dieser Deal eben durchgehen sollte. Dann ein zweiter Übernahmekandidat und zwar Melanox. Melanox wurde, oder nicht Kandidat, sie wurden schon übernommen und zwar wurden die übernommen für 7 Milliarden US-Dollar, also deutlich weniger als die 40 von ARM. Melanox war eine israelische Firma für Hochgeschwindigkeitsverbindungen, also zum Beispiel Infini-Bänder oder Ethernet-Technologie, also zum Beispiel LAN-Kabel. Und ja genau, die bieten eben Kabel, Adapter oder aber auch Software an für eben solche Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke aufzubauen und das ist eben essentiell für Rechenzentren und das Hochleistungskomputing, das Cloud-Computing, dafür ist es nicht zu verhindern eigentlich, dass man sowas braucht. Und Nvidia baut damit eben einfach sein Ökosystem rund um Rechensysteme und eben Hochleistungskomputing enorm aus und die wurden schon voll eingegliedert in die Nvidia-Sparte, also die erwirtschaften schon gute Gewinne für Nvidia und auf jeden Fall noch ein, finde ich, interessanter Kandidat, den man sich angucken muss, wenn man Nvidia bewerten möchte. Dann haben wir jetzt mal genug Nvidia gemacht und kommen mal zu AMD. Also ihr könnt hier mal den CEO sehen von AMD und zwar Lisa Su. Die ist seit 2014 jetzt eben bei AMD-CEO. 1994 hat sie ihren Doktortitel in Elektrotechnik gemacht. Im gleichen Jahr ist sie zu Texas Instruments in die Forschung, ein Jahr später dann zu IBM in die Forschung. 2007 hat sie dann im Halbleitersegment so wirklich richtig groß angefangen und zwar als Chief Technical Officer bei Freescale Semiconductor. 2012 wurde sie dann Senior Vice President von AMD und eben seit 2014 ist jetzt CEO bei AMD. Dann hier mal AMD und zwar haben wir hier einmal den Umsatz und das Operating Income von AMD. Sie teilen in zwei Gebiete auf, nämlich Computing & Graphics und Enterprise Embedded & Semicustom. Wir sehen hier, Computing & Graphics macht den größten Umsatzanteil aus und Enterprise Embedded & Semicustom den zweitgrößten, das Operating Income von Enterprise Embedded & Semicustom ist vom 2019 auf 2018 enorm, enorm gestiegen, also eine deutliche Erhöhung der Bruttomarge, äh, der operativen Marge bei Umsatzrückgang in diesem Segment, also sehr beachtlich. Dann hier mal Computing, also natürlich das Hauptgeschäft von Ihnen ist, Mikroprozessoren herzustellen oder PC-Prozessoren herzustellen und zwar einmal den AMD Ryzen Threadripper gibt es da eben, der ist eben für Hochleistungsanforderungen wie Grafik- oder Videodesign, also für da ähnlich wie das Professional Visualization Segment eben bei Nvidia. Dann gibt es einen normalen Ryzen, den könnt ihr auf der rechten Seite sehen, das ist wahrscheinlich das bekannteste, was AMD überhaupt macht, der ist eben für Gamer und normale leistungsorientierte Anwender, also quasi für jenen, der ein bisschen Leistung haben möchte in seinem PC, ähm, aber jetzt nicht unnormal viel Leistung braucht, der braucht dann nicht auf den Threadripper zugreifen, sondern eben auf den normalen Ryzen. Und dann gibt es eben noch den AMD Athlon, für eben, das ist quasi eine günstige Allrounder, äh, Alternative quasi, der ist deutlich günstiger, dafür eben auch langsamer. Sie machen auch Notebook-Prozessoren, also zum Beispiel den AMD Ryzen und den AMD Athlon Mobile. Dann gibt es eben noch Commercial-Prozessoren, die sind eben hauptsächlich für Geschäftskunden, sollen also sicherer sein und sind eben besser für Geschäftsanwendungen ausgelegt, also die Leistung wurde quasi optimiert für die Prozesse, die man in einem Betrieb bräuchte. Und da gibt es halt den Ryzen und den Athlon Pro. Und dann stellen sie eben noch Mainboards her, also, ähm, den X570, das ist eben so die mittlere Variante, dann gibt es den TRX40, das ist eben die High-End-Variante, und den B450 oder A320, das ist dann die Low-Budget-Variante. Dann eben auch noch Graphics, war ja auch noch dabei, da machen sie eben Grafikkarten, quasi für PC und Notebooks. Da haben sie einmal den, eben die Radeon, den seht ihr auf der rechten Seite, beziehungsweise das ist eben der Pro. Den Radeon, der ist eben für Gamer und auch wieder normale Anwender, ähnlich wie der Ryzen oben eben. Da gibt es dann auch immer verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Dann gibt es den Radeon Pro, der ist eben für professionelle Anwendungen, also der ist dann wirklich für Grafikdesign quasi, oder aber auch CAD, also so hier CAD-Fressmaschinen. Und dann gibt es noch den AMD Radeon VR, der ist eben für die virtuelle Realität. Hier könnt ihr dann mal noch sehen, den Radeon Instinct, der ist quasi für Hochleistungsrechner, also für Deep Learning, Machine Learning und KI quasi. Und Google Stadia, also der Google Cloud Gaming Dienst, nutzt aktuell diese Instinct-Grafikkarten für eben ihre Rechenzentren, um eben Google Stadia oben zu halten. Und ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass Google da auf einen Radeon-Grafikkarten zurückgreift und eben zum Beispiel auch nicht auf Nvidia. Das ist schon mal ein großer Punkt, wobei Nvidia immer noch Google als Kunde hat in ihren Rechenzentren. Dann bieten sie natürlich auch Server-Prozessoren an, also zum Beispiel den AMD Epic. Das ist eben ein High-Performance-Chip von denen. Und die neue Generation von diesen Epics ist eben bei Wettersimulationen 68% schneller als der beste Chip, den Intel anbietet, für eben Rechenzentren. Das ist schon mal wirklich eine Ansage. Wobei Intel jetzt natürlich auch die neue Generation erst von ihren Chips für Rechenzentren da rausgebracht hat. Und dann gibt es noch den AMD Optoran. Das ist eben eine Low-Budget-Variante. Dann noch die Embedded-Prozessoren. Und zwar gibt es da zum Beispiel den Ryzen Embedded, wie ihr da seht. Der ist quasi dafür da, den In-Maschinen oder Roboter einzubauen. Da gibt es dann zum Beispiel die Embedded V-Series oder G-Series, den AMD Embedded Radian, den Embedded Ryzen, wie ihr hier seht. Und da sind halt eben Anwendungen in der Medizintechnik vorstellbar, Fernsehre, mögliche IoT-Geräte, also eben ähnliche wie der Tegra-Prozessor von NVIDIA. Dann machen sie noch das Semi-Custom-Geschäftsfeld hier quasi. Und da werden eben Chips speziell für Kunden angefertigt. Und ihr seht hier die PS5. Also sie haben die PS4 und die PS5-Chips gemacht. Beide für Sony quasi exklusiv hergestellt und auf die Anforderungen dieser Konsole quasi angepasst. Ob das jetzt unbedingt ein Lob hier ist für AMD, weil die Leistung davon ja teilweise jetzt gar nicht mal so enorm gut ist für das, was die Dinger dann kosten. Aber auf jeden Fall große Geschäftsaufträge sind es sicherlich. Und da werden auf jeden Fall gute, gute Umsätze erzielt mit diesem Segment hier. Dann möchte auch AMD eine Übernahme machen oder ja, hat es schon gemacht. Und zwar Xillings. Xillings produziert eben FPGA-Chips, also quasi adjustierbare Chips. Also diese Chips werden nicht ausgeliefert und sind dann quasi fertig und man kann nichts mehr machen, sondern man kann die quasi als Endkunde noch adjustieren und auf genau seine Bedürfnisse eben anwenden und die Faktoren eben genau so einstellen, dass es für seine eigene Anwendung am besten geeignet ist sozusagen. Das ist natürlich dann ja extrem gut für zum Beispiel Kunden in 5G oder mit 5G-Technik, die in der Netzwerktechnik oder eben bei Datenzentren oder KI unterwegs sind, weil die ja doch schon sehr spezifische Anwendungen eben immer haben, wo sie dann eben doch noch ein bisschen was ja einfach auf sich perfekt einstellen könnten, um eben die Leistung da wirklich dann noch hoch zu pushen und da ist Xillings auf jeden Fall eigentlich Marktführer in diesem System. Da betteln sie sich so ein bisschen mit Intel, aber Xillings ist da schon deutlich vor Intel aktuell noch. Das ist natürlich dann eine Konkurrenz auch für NVIDIA, weil NVIDIA ja auch in Datenzentren zum Beispiel unterwegs ist und wenn eben diese adjustierbaren Prozessoren sich wirklich durchsetzen sollten vor denen, die quasi NVIDIA da anbietet, dann wäre das natürlich ein herber Rückschlag für NVIDIA in den Datenzentren. Jedoch das Problem jetzt hier, was man hier wieder sieht, ist, dass NVIDIA mit ARM eigentlich die Lizensierungsmacht über Xillings hat, weil Xillings muss eben auch auf ARM zugreifen, um ihre Chips zu produzieren und somit könnte NVIDIA quasi oder ARM könnte quasi Xillings einfach den Hahn abdrehen und sie hätten keine Chance mehr irgendwas zu produzieren. Genau deshalb sieht man auch, warum die Regulierungsbehörde eben bei NVIDIA so genau hinschaut, weil es eben eine extrem extreme Macht ist, die NVIDIA damit hätte. Hier habe ich dann mal noch eine Benchmark aufgelistet und zwar sind es jetzt mal Grafikkarten, weil es eines der wenigen Geschäftsfelder ist, wo man die beiden eins zu eins vergleichen kann und zwar sehen wir hier, die zwei besten Grafikkarten sind die neuesten von NVIDIA. Also das eine hat 100% von NVIDIA, die RTX 3090 und die RTX 3080 hat hier fast 90%. Dann kommen zwei AMD Grafikkarten und da unten drunter eigentlich nur noch eine und dann ist eigentlich alles NVIDIA hier. Also wir sehen in den Grafikkartensegment hat NVIDIA definitiv die Nase noch vorne, nicht nur was die Leistung angeht, sondern auch was hier wirklich die Quantität angeht, wie viele Karten sie hier oder wie viele Grafikkarten sie hier schon draußen haben und da können die Radian aktuell noch nicht dagegen anstinken im Endeffekt, aber das Hauptgeschäft von denen liegt ja auch eher eigentlich in der Mikroprozessoren Richtung und da betteln sie sich ja mit Intel und sind auf jeden Fall vorne. Dann kommen wir schon zur Auswertung oder beziehungsweise gleichzeitig dem Fazit, es gibt ja keine Punkte hier heute, aber vergesst doch zuerst, es gefällt mir und ein Abo nicht, das unterstützt uns immer sehr und unterstützt unsere Arbeit wirklich sehr und folgt uns auch gerne auf Instagram und Facebook, da sind wir auch auf beiden Plattformen vertreten. Dann mein Fazit zum Ende, also ich finde beide Firmen enorm, enorm interessant und eigentlich finde ich auch wirklich beide kaufenswert, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Nvidia im Grafikkartensystem Bereich natürlich enorm Marktführer, also da kann ihnen eigentlich keiner mehr wirklich was abnehmen, auch AMD wird ihnen da den Rang nicht mehr ablaufen in den nächsten Jahren. Im Datenzentrum-Segment können sie sich ja teilweise auch sogar ergänzen, weil eben Nvidia hauptsächlich die Grafikkarten dafür liefert und AMD eben die Mikroprozessoren dafür liefert oder die Prozessoren an sich dafür liefert und somit könnten sich da die zwei Hochleistungsgeräte von beiden quasi einfach ergänzen, wobei natürlich beide auch jeweils in die Richtung des anderen so ein bisschen schießen und jeder probiert so ein bisschen was im Segment des anderen nochmal auszumachen und da eben noch ein paar Marktanteile zu klauen. Das Problem für AMD könnte darin liegen, dass Nvidia möglicherweise ARM übernimmt, also wenn diese Übernahme durchgeht, hat AMD ein Problem, weil eben dann Nvidia eine enorme Lizensierung macht über AMD hat, weil AMD in Zukunft sicherlich auch vieles auf dieser ARM-Technologie aufbauen möchte, weil es eben enorm energiesparend ist und es auch jetzt schon Überlegungen gibt, sowas in Datenzentren zum Beispiel einzubauen, weil man halt einfach mehr Chips einbauen kann, weil es deutlich energieeffizienter ist und somit am Ende die Leistung dann auch besser wird. Auch mit dieser Xillings-Übernahme von AMD, auch die haben dann ein Problem, wenn Nvidia ARM wirklich übernehmen kann. Deshalb finde ich persönlich, mein persönlicher Sieger aus diesem Duell wäre Nvidia, die habe ich auch aktuell im Depot, AMD nicht, aber wer AMD im Depot hat, auf jeden Fall eine sehr gute Firma und ich würde sie auf jeden Fall behalten. Ob ich zum aktuellen Kursniveau noch einsteigen würde, wüsste ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall AMD auch eine super Firma, also für mich im Endeffekt beide enorm enorm kaufenswert. Also Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video hier auf Aktienfieber. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao.